Transgourmi, wir handeln mit Genuss. Als Profi im Belieferungsgroßhandel haben wir schon lange erkannt, wie wichtig eine umweltschonende und nachhaltige Logistik für den Klimaschutz ist. Deshalb beliefern wir alle Kunden seit dem 1. Oktober 2022 klimaneutral. Auf dem Weg, Deutschlands nachhaltigstes Unternehmen unserer Branche zu sein, liegen uns unsere Kunden und auch der Klimaschutz und Erhalt unserer Umwelt am Herzen. Deshalb verrate ich Ihnen heute, wie wir unsere Ziele erreichen. Vor sechs Jahren haben wir unsere ersten Nachhaltigkeitsziele formuliert. Nach der Einführung von Transgourmi Ursprung, unserer Bio-Eigenmarke Natura sowie dem Konzept Transgourmi Plant Based, kommt nun unser Drei-Schritte-Plan für eine klimaneutrale Belieferung zur Verringerung unseres CO2-Fußabdruck und zur aktiven Unterstützung des Klimaschutzes. Wir arbeiten an verschiedenen Stellhebeln, um unsere Logistik so effizient wie möglich zu gestalten und unnötige Stops zu vermeiden. Außerdem stellen wir unseren Fuhrpark nach und nach auf Biogas-Lkw um, mit denen wir die CO2-Emissionen um 90 Prozent verringern können. Die noch nicht vermeidbaren Emissionen kompensieren wir mit der Förderung von Klimaschutzprojekten in Madagaskar, Uganda und Indonesien. Aber trotzdem gilt, der klimafreundlichste Transport ist der, der nicht stattfindet. Deshalb pflanzen wir pro Kunde, der mit uns auf Lieferstops verzichtet, einen Baum in deutschen Wäldern. Zusätzlich erhalten alle unsere Kunden ein Zertifikat, das ihnen eine klimaneutrale Belieferung bescheinigt. Mit dem Projekt Grüne Logistik möchten wir einen Beitrag dazu leisten, den Klimaschutz zu fördern. Nachhaltigkeit – unsere Zukunft, unsere Verantwortung.